Sala, willkommen zurück zu Risen 2, dem Spiel, wo uns noch 12 Erfahrungspunkte fehlen, damit wir irgendwie weiterkommen. Wir haben gerade mächtig gesoffen, mächtig gewonnen. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Sau-Spiel. Also die Stringspiele sind ausnehmend einfach, muss ich ja sagen. Wir brauchen jetzt noch so ungefähr 3000 Gold. Ein bisschen Taschendiebstahl. Ja gut, ich brauche mindestens 3000 Gold, weil ich muss mich noch Taschendiebstahl lernen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss die Einschüchter-Buda kaufen, was auch immer mir das bringt eigentlich, weil ich Endschüchter ja nicht gelevelt habe, aber das ist egal. Hier ist bestimmt wieder eine verschlossene Truhe, oder? Oder war ich noch gar nicht, ne? Mit seinem Barthaar hat wie Kruppstahl. Der gute Stahlbart. Hey, Proviant und 10 Gold, wuhu. Taggernus. Nein, nein, unbekannter Held. Hör doch bitte mal damit auf. Wir rennen die übrigens gerade hier mit den Klamotten rum, die überhaupt keine Rüstung bieten, ne? Nein, ich bin doch... Ah, ist ja bedauerlich. Ich hatte schon erwähnt, dass ich mir irgendwie mal überlegt hatte, mir mal einen Dreispitz zu kaufen, ne? Ich weiß da nicht, wofür, weil ich den tragen soll, außer vielleicht auf dem Festival oder so. Aber ich würde schon immer mal einen haben. Ich bräuchte bloß das restliche Piraten-Outfit dafür. Ähm. Das Problem ist, dass er auf dem Festival ist, die höchstwahrscheinlichkeit das gute Stück verlieren würde. Das wäre der einzige Ort, wo man einfällt, einen zu tragen. Aber da wäre halt, da wäre halt mein normaler Bass-Tutum besser geeignet, als alles andere. Zum Streben. Ich meine, es soll gut Kondisseur werden, oder was? Wer ist er denn jetzt da noch, woher noch? Kann ich hin? Ach nee, das ist der Typ, der Wache steht, ne? Warum steht der jetzt hier? Ach nee, das war ein Schritt weiter, wo der Versorgung nicht war. Zeig mal Verträg. Was konnte er denn hier? Schnittversetzung wegstärken? Warum kostet Hertha eigentlich nur, nur so wenig? Ja, das will ich ja nicht haben, ne? Das ist... Ah, das kostet nur 500, aber Schlösserkrank kostet bestimmt auch wieder 1000, genau wie Taschendiebstahl. Ach so, wenn das Taschendiebstahl ist, das geht ja dadurch, dass das hier in Dialog basiert ist und anscheinend immer funktioniert. Wahrscheinlich, weil die Entwickler eingesehen haben, dass die Leute das eh noch saves können müssen gehen. Warte mal, ich habe doch jetzt diese dumme Schatzkarte, die sollte ich vielleicht auch mal benutzen, oder? Ähm... 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 Äh, lässt sich einfach mal so auf meiner Karte markiert. Wirst du nicht? Also, der Schatz ist jetzt nicht direkt da. Wir waren da unten, das ist noch irgendwie eine Siedlung. Da sind doch Gebäude angemalt. Benutzbares. Warte, da habe ich da eine Quest für. Takarigua. Kleine, kleines Piraten. Oh, ich habe die Stiefel. Also, im Lager Stiefel muss ich mir... Ich habe die Lager schwarze Perle verzählt, wenn ich mir in meine Augen gehen, so muss ich die Taschendiebstahl beherrschen. Ja. Ich habe die Lager bei R.I.D. verkauft. Ich habe die 3-Hurte, aber die kriege ich nicht mehr. Okay, der Handspiegel, ja schön. Aber ich habe doch jetzt diese dumme Karte. Wo ist die denn jetzt hier? Was ist das für Bloody Mary? Ja, wie benutze ich das Ding jetzt? Ich habe immer noch... Ach nee, ich habe nur 20 Stunden. Ich habe gerade 200 Schrottenmulition gelesen. Also, angeblich habe ich eine Schatzkarte. Aber leider habe ich keine Ahnung, wo die mich hinfinden. Na gut, wir hoffen jetzt, wenn wir das hier irgendwie so ein komisches Seebrutvieh spawnt oder so. Wo ich dann einfach wieder zurücklaufen kann. Taschendiebstahl behängt Begier. Danach muss ich in die andere Siedlung. Kann Wiley bestehlen. Und dann läuft das aber eigentlich auch, ne? Hoffe ich zumindest. Weil dann habe ich mit der schwarzen Perle kann ich dann mit den Dietrich holen. Dann kann ich Taschendiebstahl leveln. Also, das ist unser Schlösser knacken. Und dann kann ich die anderen Schlösser, die alle noch da sind. Und dann sind wir, glaube ich, fertig auf der Karigua. Ich ziehe jetzt mal nach einem guten Plan. In der Suchenzeit... Sammeln ich weiter Pflanzen auf, mit denen ich zwar irgendwie nichts vorhabe. Weil ich eigentlich nicht plane, Alchemie zu lernen. Aber... Die kann ich ja... Vielleicht... Na bitte. Ach du Scheiße. Warte, die Ganttöfe kriegt der eigentlich auch so kaputt. Nein, kriegt nicht. Ich mache überhaupt kein Daten-Damage. So, also reicht der eigentlich schon zu leveln. Hey. Kriegt die großen Viecher ohne Patty endlich überhaupt tot? Feuerpinn. Hä? Aua. Hallo? Das sind ja noch mehr Kleines, das ist ja schrecklich. Ich würde hier noch ein bisschen XP haben. Alter, wie viel sind denn das jetzt? Warum sind denn das jetzt fünf? Ich muss jetzt echt hier... Ich kann keine Waffen werden oder was. Jetzt wäre es echt gut, wenn ich irgendwie eine Schrotflätte oder so hätte, ne? Die treffen mich ja immer! Was ist das denn für ein Bullshit? Hallo? Hä? Was ist denn... Wie unfair ist das denn? Die treffen mich immer, wenn sie springen? Muss ich jetzt kurz warten, bis ich mich geheilt habe. Hallo? Hey, was ist denn das für ein Bullshit? Die treffen mich, obwohl ich wegrenne. Beim Wegrennen treffen die mich sogar. Wie unfair ist das denn? Oh. Ich hasse sie. Oh, das können wir gleich nochmal machen. Hallo? Also ich finde das echt scheiße. Ich renne weg und die Drecksviecher treffen mich ja trotzdem. Wenn man treffe ich immer, wie das aussieht. Daneben? What? Alter! Natürlich! Ja, natürlich daneben. Ja, klar! Hallo! Oh, Mann, ey. Oh, oh, oh. Das ist wieder so ein Scheiß, dass die Viecher 20 Mal hauen können, wenn du nicht einmal zuschlagen kannst. Zumindest die Riesenkrabbe treffe ich immer. Die sollte mich aber auch nötigen. Hallo? Oh, oh. Meine Güte. Das alles, was das Vieh droppt, ist eine Muschel? Ist ja auch ein bisschen lächerlich, ne? Nicht aufregend, das macht Falten. Ach, das ist, glaube ich, dafür zwischenzuspät. Aber hey, wir kriegen immer einen Loot dafür, ne? Ja, was soll denn das, dass sie mich andauernd angreifen, wenn ich wegrenne, Alter? Ich kann halt nicht schneller rennen. Das ist denn das? Doch, warte mal, ich kann auch schneller rennen. Ach. Oder, warte mal, wie mache ich das? Ne, so nicht. Ach so. Aha, mit Umschalt kann ich schneller laufen. Ich frage mich, was heute was Spielentwickler dazu treibt, Sachen auf Umschalt zu legen. Hallo, Socken, Susu. Ja, aber Nackenwaffen brauche ich die gar nicht, erst versuchen zu kämpfen. Das ist halt mega ineffizient. Könnte ich die dazu bringen, Einsen zu spawnen? Und die kamen hier und woher, ne? Ja, klar. Ja, natürlich. Alter. Laufhalt. Ja, klar. Ja, jetzt Laufhalt. Ja, natürlich. Ja, ich sollte mich gar nicht so bescheren. Alter. Hallo. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, was ist denn das? Ja, natürlich, natürlich treffe ich nicht. Boah, ey, das regt mich richtig auf. Wirst du, dass die mir halt hinterher springen können, wie sonst war es? Jetzt habe ich alle zweimal angetroffen, oder was? Das schäbe ich wieder richtig. Das ist natürlich gespeichert. Das regt mich jetzt richtig auf. Okay, einen haben wir. Habe ich ja nicht sowas wie Ausdruck? Ich dachte, ich muss den kleinen Achtel mal zum Buxen machen, wenn ich mir zum Kaufen, ne? Oh. Und dann trifft mich das viel nicht, wenn es direkt vor mir steht. Das ist ja doch schlimmer. Oh, Mann, ey. Jetzt hast du die Ahnung, wie er steht. Ja, das Problem aber halt ist, äh, an der dummen Feststelltaste, wenn du die so oft drückst, kommt da dieses komische Carrot-Browsing irgendwas rein. Ne, Carrot-Browsing war F7, aber. Äh, das, das, das Scroll-Lock, wo ich... Ne, warte, was ist denn das überhaupt? Es gibt irgendwie so eine komische Lock-Taste, wenn du fünfmal schnell an einer Umschalt drückst, passiert das. Und ich, die gibt es seit Windows XP, die Funktion, ne? Ist ja nicht hier so wie gerade was Neues. Das ist so wie Entwickler dachten Feuer, das ist so wie die gute Idee ist. Und vor allen Dingen ist das halt, die, äh, Shift macht halt auch irgendwie, hat ja auch eine Funktion. Also das ist ja Shift-Lock, die Taste, die rennen hier ist. Wenn es aber Shift wäre, wäre es ja noch, wäre es noch schön gut, aber es ist ja Shift-Lock. Und das ist halt total dumm, da irgendwie eine Funktion drauf zu legen. Oder jede andere Taste würde auch gehen. Was, wenn ich mir einen Daumen reichen könnte, B wäre zum Beispiel gut. Und die könnte ja umbeinen, aber die Standard-Taste ist ja nicht das, was mich aufregt. Ja, du kannst ja abschalten. Aber erst, nachdem es das erste Mal passiert ist und sich das rausgetappt hat. Oder aber du drückst es weg, denkst, jetzt ist es weg, dann passiert es wieder, weil du das Ding gar nicht liest. Was haben wir jetzt hier Schönes gefunden? Nein, ich suche jetzt ja den Schatz, den ich gefunden habe, ne? Aber hey, die guten Nachrichten, wir sind jetzt gelevelt. Das ist bestimmt voll der Fehler am Anfang, diese, die ganzen Dingens. Ich habe jetzt wieder so viel Proviant, wie ich vorher hatte. Also eigentlich, prinzipiell war die Weise hier plus, minus, null. Ich habe es auch sogar mehr Proviant, als ich vorher hatte. Das Capstop-Ding, ne? So. Die XP haben wir eigentlich, kommen wir jetzt wieder zurück, ne? Also die restlichen Insel erkunden kann ich später, so gerissen halt, Ding, so. So, für 3000 Ruhm haben wir das erhöht, Judy. Dann habe ich jetzt ja 20 Diebeskunst. Mit 20 Diebeskunst können wir in, im Piraten-Nest, können wir jetzt mit Hank reden. Also was heißt reden, aber auf jetzt hin hier, meine Güte. Ja, das ist, wenn es mal eine Toggle-Ability ist, aber du musst es halt gedrückt halten. Nein, das hat... Ruhm plus 25, jawohl. So, Judy, dann jetzt nochmal zurück zum... Vaskos Tor, kann ich mit Vasko quatschen? Ich teleportiere mich jetzt einmal quer durch die Insel und raube alle Leute aus, mit denen ich so reden kann, ne? Hallo Vasko, grüß dich. Was? Gut, auf da draußen. Fuck. Na gut, dann Jack ausräumen. Hallo Jack. Kann ich auch nicht ausräumen, das ist ein Elend hier. Kann das sein, dass tatsächlich Zeit vergeht, wenn ich schnell reise? Oh ja. Oh ja, oh ja, es vergeht in der Tat Zeit. Ne, auch nicht, äh. Mensch, jetzt will ich C grad drücken zum Schleichen, dass ein Cyberpunk-Schleichen ist. Cyberpunk hat übrigens auch zwei Tasten für Schleichen. Dummerweise ist die Schleichen-Taste gleichzeitig die Taste, äh, ist, äh... Ihr Kinder da, wa? Äh, ist gleichzeitig die Taste, um Dialoge zu überspringen, was total dumm ist, wenn du in Dialogen schleichst und dann das aber abbrechen möchtest. Ist was. Oh, so, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche... Ne, er hat nur das Zeug, okay, gut. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ah, Taschendiebstahl 45. Ihm würde es sich bestimmt richtig lohnen. Ruck vor. Ich muss weiter. Wache, Booten. Warte mal, wenn er jetzt aber grad beim Essen ist, dann werde... Dann könnte ich ihn jetzt ausrauben, ne? Freilich. Warte mal. Also ich kann ja noch nicht Schlösser knacken, also bringt ihm das grad für den Moment nicht so viel. Aha, aber, 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 aber jetzt kann ich ja bestimmt hier mit... Ne. Warte mal. Ich kriege die schwarze Perle, hat doch Riley bei, oder nicht? Ba, ba, ba. Lauf eine Questa, Garika, die... Ne, 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 die Feinde ist verraten. Cargo hat Latas... Also ich will nicht... Oh, dann muss ich Taschendiebstahl beherrschen. Kater. Ist doch Kater. Hä? Aber, ich hab die dumme schwarze Perle nicht. Hä? Jetzt. Kater hat Lago schwarze Perle für sich behalten. Wenn ich mir in den Ohr hingekommen bin, brauchen muss ich Taschendiebstahl beherrschen. Lago hat mir sicher dann noch einen Tipp für mich. Ja, aber, hä, ich kann auch Taschendiebstahl... Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen. Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich hab ich das Ding jahrelang getragen. Na denn. Ah, hier. Gut. Dann jetzt zurück zum Piraten-Despit. Okay. Ich stelle fest, dass dieses Spiel genauso schnell abstürzt wie die vorigen. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn Risen 2 auf einmal auf einer soliden Software-Architektur stehen würde, bei der man 20 Mal dann noch schnell reisen kann, ohne dass irgendwas passiert. So, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-kater hier. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, tschüss. Dann jetzt schnell alles zurück zum Piraten-Nest. Das geht jetzt und es ist Spielabsturz. Großartig. Ich hab mein Desktop-Kanalifikationen von Steamer, nur auf Convertible. Wunder mich, hier ist man. Du hast ein Convertible. Der feine Herr. Schmieden, ja gut. Schmieden werde ich wohl nie können. Ist egal. So, Hallelustone. Grüß dich. Äh, lagungszeichen Schwierigkeiten. Was? MacLean will, dass ich eine Truhe für ihn öffne. Was? Das Ding von Stahlbarth's letzten Beutezug? Darüber hat sich schon ganz Takarigua kaputt gelacht. Und du? Wirst die Kiste aufkriegen? Ist bestimmt ne Menge Gold drin. Dann kannst du dir die Sache ja was kosten lassen. Ach, verdammt. Äh. Lagos steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur eine... Und woher habe ich dann seine schwarze Perle? Äh. Sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Saccarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du's wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke wert. Richtig? Nein, verdammt, Alter! Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Blitz und Donner! Der Langfinger sitzt wirklich im Knast. Sag ich doch. Hier, nimm den Dietrich und beeil dich. Sonst knüpfen sie ihn noch auf. Na bitte. Zeig mir deine... Ei! So, warte mal. Er hat noch ein Messer, die ich aber... Die alle schlechter waren als meins, ne? Ja. Braucht man für einen Krummsiebel. Das einzige, was halt interessant wäre, wäre halt dieses... Wäre halt dieser Dorftdorch, ne? Zurückkaufen. Achso, dann hab ich mir ein ganzes Zeug drauf drauf. Na gut. So, Judy. Ich kann mit Dolchen leider noch nicht umgehen. Bedauerlicherweise. Aber das ist ja wohl... Äh, Quatsch. Mit Dietrich noch gar nicht umgehen. Oder? Geisteliden? Moment. Die würde ich gerne mitnehmen. So, dann können wir ihn ja eigentlich gleich raushauen, ne? Ich könnte ja vorher noch mal kurz in die Tore gehen, aber... Ich muss nicht mal stackern, dass ich das... Sind die immer noch am Saufen? Ich muss nicht mal stackern, dass ich das, bevor ich hier nicht offiziell lerne, wie man... Geht's hier nicht unter Deck, klar? Bevor ich nicht offiziell lerne, wie man das macht am besten. Vom Schlösserknacken verstehe ich... Dachte ich mir. So, bringt er mir das jetzt eigentlich umsonst bei? Oder muss ich das jetzt ernsthaft für teuer Geld kaufen? Das... Das Schlösserknacken. Schlecht die Wache eigentlich irgendwann? Das wäre ja eigentlich ganz schön, ne? Dann muss ich aber noch mal bis abends schlafen, bis die Fruego am Essen ist, oder? Das Schiff tatsächlich auch, ist ja schön. So, hier. Vor der Vorwehr... Ja, hier. Warum ist denn der hierher? Oh. Wäre das nicht wirklich schlimmer? Aha. Äh. Heißt das, du hast alle meine Sachen bei dir? Äh, nee. Und ich will ihn ja gar nicht wiedergeben. Nur einen Teil. Dann behalt den Krimpel erstmal. Wenn du mir alle meine Sachen wiederbringst, lasse ich 1000 Goldstücke dafür springen. Was soll ich denn sein verdammtes rotes Käppi herkriegen? Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. 500 Euro habe ich, oder? Ja, aber das Problem ist, das Schlösserknacken kostet halt ernsthaft 1000 Gold. Das ist nicht sein Ernst. Kann ich mich jetzt hier noch sehen lassen? Du hast den Gefangenen befreit. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, ich lass dich mal am Leben. Was bei allen Göttern willst du von mir? Immer noch handeln. Zeig mir die Sachen. Was? Oh Mann, ey. Komme ich irgendwie, indem ich günstig... Ach, ich habe die schwarze Perle noch. Die bringt übrigens Gerissenheit plus 1. Das ist eigentlich gut, oder? Kann ich die einfach behalten? Dann lege ich die auf jeden Fall an, gebe ich die nie wieder zurück, weil das ist ja mehr als 1000 Gold für mich wert. Ja, aber ich habe wahrscheinlich nichts bei, was 1000 Gold wert ist, oder? Ich könnte hier noch die Muscheln aufmachen, weil Leuchtkuchen kann ich wenigstens noch verticken. Aber ansonsten habe ich hier halt echt nichts, um irgendwie auf die Kohle zu kommen, ne? Scheiße, ich brauche halt noch... Das ist so ein Elend mit dem Gold hier, also wirklich. Ich komme hier auf den grünen Ast. Ich habe nichts. Na also, nichts zu holen. Okay, ich habe jetzt eine Perle. Aber... Die Perle ist halt auch nur 50 wert. Dann fehlen mir noch 150 Thaler. 80, schwarzer Oleander, Pulvermon. Ich muss ja nicht aufpassen, dass davon nicht irgendwas irgendwie was wert ist. So, okay, das hat 1000 Gold. Schöne da noch. So, Largo, bleib mal kurz stehen hier. Wir lernen jetzt hier erstmal Schlösser knacken. Wenn mich jetzt überhaupt noch mit dir mit mir redet hier, ne? So, hier, mach ich jetzt ein bisschen besser an die. Ja, ja, hier Schlösser knacken. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Einen Dietrich hast du ja schon. Jedes Schloss besteht aus mehreren Riegeln. Je besser das Schloss, desto mehr Riegel gibt es. Du musst die Riegel in einer bestimmten Reihenfolge öffnen. Die ist natürlich bei jedem Schloss anders. Wenn du was falsch machst, musst du nochmal ganz von vorne anfangen. Probier es am Anfang mit einfachen Schlössern. Je schwerer das Schloss, desto mehr Diebeskunst ist erforderlich, um es zu knacken. Ach ja, okay, ich brauche also generell nur Diebeskunst dafür. Also hier könnte ich jetzt zumindest Gerissenheit noch leveln. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, was haben wir Gerissenheit eigentlich für ein Attribut? Jetzt können wir auf jeden Fall dieses, das ist aber das dumme Ohr-Dings hier noch einleveln. Das bringt die Gerissenheit plus eins, ne? So, jetzt haben wir Gerissenheit fünf, jawohl. Jetzt haben wir schon mal 25 Diebeskunst. Wenn ich jetzt die anderen Skills nicht habe, könnte ich noch 45 kommen. Dann könnte ich sogar noch Diefuego ausnehmen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich jetzt hier endlich irgendwie noch, statt mich noch blicken lassen kann, auf die mich jetzt alle hassen. Diefuego sitzt halt nicht mehr am Tisch, ne? Er ist bestimmt wieder oben an seinem Tisch. Aber sie verhaften mich nicht sofort. Aber gut, aber wir wissen ja schon, dass Diefuego nicht schläft, oder? Oh, ne, er ist nicht an seinem scheiß Tisch. 60? Oh, ernsthaft. Recht sieht mich hier keiner. Ja, ja, mein Mann. Ja, ja. Ich komme hier nicht richtig über die Tür schwein. Gibt es hier immer so eine Truhe? Jetzt muss ich mich vor allen Dingen an all die Truhen... 30? Nein. Da ist der Bär! Hau schon ab! Was ist denn das... Ist hier das verdammte Startgebiet und hier ist jede einzelne Truhe zu schwer, oder was? Ist ja schrecklich. Ich stütze da sich eine Wache vor, was ist hier überhaupt noch im Haus? Ach, hier wohnen die Molukken. Na gut, dann gibt es hier wahrscheinlich... Alter, was ist denn das hier mit Schleichen und Türen? Das ist ja schrecklich. Na gut, die armen Kerl, das hier auszurauben, bringt wahrscheinlich auch nicht besonders viel, oder? Na gut, dann rei... Moment, erstmal hier und danach zurück zu Schwarzbatschiff. So, Piratennest. Da muss ich jetzt mindestens einmal Gerissenheit lösen, bevor ich hier irgendwelche Truhen aufmachen kann. Ich habe eben gehofft, dass das Schlösserknacken mir wie mehr bringt, ne? Ernst oder schlimm, ne? So, aber immerhin darf ich die Truhe ja aufknacken, bis wir schon mal... Hey, die kriege ich auch. Juhu. Äh, was muss ich machen? Wie? Echt jetzt? Oh, Transkoll. Eine schwere Truhe. Naja, ähm... Also wir sind noch 700 Gold im Minus, ne? Bis ich das Ganze amatorisiert hat. Dass das klauen können. Können wir noch oben beim Boos einbrechen? Ich will nicht wirklich noch quatschen, wenn die Kirstie gehen hat. Ich habe die Truhe geknackt. Wirklich? Gut gemacht, Kleiner. Was war denn drin? Ein paar Goldmünzen. Dann kannst du dich ja nochmal richtig volllaufen lassen, bevor es losgeht. Wir brauchen zwar geschickte Leute, aber noch besser ist es, wenn du auch was verträgst. Das ist übrigens eigentlich überraschend, wie sehr Wissen 2 dieses Piraten-Neben durchlebt, indem es dir zeigt, dass du nie Gold hast, weil sobald du Gold hast, gibst du es halt auch so irgendwas. Tja, ich schätze, du hast jetzt einiges zu tun. Wir unterhalten uns hier noch eine Weile. In Ruhe. Alles klar. Mit dem Rum hast du meinen Vater glücklich gemacht. Oh. Na, hoffentlich. Hauptsache, Patty-Mäuschen hier kommt einfach so aufs Schiff und ich muss mich hier übel anstrengen. Naja, soviel dazu.